yo yo liebe leute was geht ab hier ist euer marge wieder es gibt neues video alte schule hier wie das schild schulweg also wir gehen jetzt mal los auch ein gebäude und wir müssen uns bisschen zügen weil ich habe nicht so viel speicher ich muss da die ganzen bilder mal auf mein laptop drauf ziehen und jetzt geht ab geht los hier schönes haus auto das ist nicht zugelassen hier einfach nur in der garten spekt da ist ein hund ist der sportplatz von der schule da hinten ist der wald und jetzt geht es los wir gehen mal den alten schulweg lang wir sind auf dem anderen schule aber wir gehen mal den schulweg lang hoch also hoch laufen ich kann nur ein bisschen youtube machen so los jetzt also die man den hund die sind jetzt bei der alten schule das ist die alte schule ist noch ein guter schuss da hinten ist der sportplatz da gehen wir auch gleich mal hin und jo jetzt gucken wir mal durch ich war mal letztens nachts hier abend das ist richtig gruselig und fucking shit alter ja jetzt geht es so seit fünf jahren steht das hier leer also steht steht alles noch was sie stande pc anlage alter kraft kurz einmal kraft sieht das krass aus hier gläser alles mögliche und ja hier liegt noch liegt da noch taschentücher kuli tatameister ja und ja und hier hier da stand alles da gibt es den klassenräumen glaube ich ja guck mir mal jetzt die schule an innen drin die sind jetzt zu aber jo jetzt guck mir mal ran fuck das war der haupteingang schön das war der haupteingang krass jetzt zieht man wieder runter schnell schnell jetzt zieh mal rum um die schule aber das ist krass hier die fünf jahren seit fünf jahren die schule boah was zu helle ein werkraum da stehen noch alle geräte scheiße ne seit 2005 ist das zu aber ich kann nicht hier reingehen weil wenn es hier in eine milchstadt reinzugehen gehen wir natürlich auch rein so sportblast zwei tore geil oben war irgendwas keine ahnung was da oben war klassenraum noch ne noch ne hhh was steht der ps4 shit man ps4 1 2 3 4 controller fernseher fuck you da alle hier nicht sterben der ps4 oh ich muss hier rein naja hier ist nochmal der raum hier krass hier rein scheiße ist zu packt davon da ist der raum wo der ps4 stück da ist die toilette da die toilette da hier keine ahnung hier sind die arbeiter die arbeiten keine ahnung hier aber auch zu bullshit und ja oh ich muss mich ein bisschen beeilen und da oben ja da oben auch im klassenraum und da sind klassenräume sport hier da einer äh basketball cop und ja jetzt gehts weiter keine ahnung hier sieht man gar nix sieht man hier was gar nix hier auch nix hier auch nix aber sieht doch viel neu aus alter hier sieht man nicht so richtig aber hier steht irgendwie so ein zeug ich meine mutter hat erzählt die sind bauarbeiter die bauen irgendwas hier keine planen hier der raum wo wir letzt äh wo wir vorhin waren also von der anderen seite und hier ist noch eine sporthalle das war die sporthalle die auf der anderen seite war krass man hier aschenbecher sogar fuck me und ja sieht richtig geil aus jetzt machen wir gleich nochmal Pause und gehen zum sportplatz das ist die schule krass man aber jetzt wollen wir nochmal Pause bis gleich ok Leute da ist der sportplatz und bis gleich ciao ja jetzt gehen wir den weg hier runter schule ich hab schule aus ja man ich hab schule aus schule da hinten ist der sportplatz da wollen wir mal kicken und ja jetzt gehe ich nach hause und dann werde ich das gleich mal auf youtube stellen und auf jeden fall mal schön like da lassen und auf jeden fall mal unten in den kommentaren mal schreiben was die videos noch machen soll ok ciao wir wir sehen uns